Wir sind die Redner! Die Redner! Jeden Mittwoch um 19 Uhr startet in Nauburg auf der Vogelwiese eine friedliche Demonstration durch die Nauburger Altstadt. Lautstark verkünden wir unseren Unmut gegenüber den korrupten Politikern in Deutschland, die keine Scheu davor haben, das Vertrauen ihrer eigenen Bürger immer wieder auf das Schlimmste zu missbrauchen, denen die Zukunft unserer Kinder und Enkel egal ist, denen die Enteignung unseres Mittelstandes egal ist, denen die Verarmung unserer gesamten Bevölkerung egal ist, denen die Verlängerung eines Krieges durch ihre Waffenlieferungen egal ist. Darum fordern wir unter anderem den sofortigen Stopp der Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine. Weiterhin Schluss mit den Sanktionen gegen Russland, die unser eigenes Volk ruinieren. In diesem Sinne, wacht auf, denkt nach, lasst euch nicht wieder einsperren und steht mit uns für eure Grundrechte ein. Begreift, dass wir nur mit Zusammenhalt noch etwas ändern können. Danke! Begreift, hört doch February! Begreift, hört doch auch alles! Als Kinderhand wegzudenken, wir haben nichts, hält doch uns alle, denn die Lüge sind alle ertankt. Drenz-Arsch-Kammer! 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 Freikland, wirft den Armen aus, freut den wir die Ampel aus! Freikland, wirft den Armen aus, freut den wir die Ampel aus! Freikland, wirft den Armen aus, freut den Armen aus! Freikland, wirft den Armen aus! Freikland, wirft den Armen aus! Ihr Wuscht, weil ihr Angst habt, alles zu verlieren. Die Wahrheit ist aber, ihr werdet alles verlieren, weil ihr Wuscht. Neun Monate Abdel und unser Land steht kurz vorm Untergang. Doch das ist nur der Anfang. Nach der Enteignung von die Verklagung, wie viel seid ihr noch bereit, für die schlechteste Regierung aller Zeiten zu bezahlen. Von uns keine Szenen mehr. Stabwurz zeigt Gesicht, unabhängige, verseillose Friedensbewegung. Seid mit dabei, für unsere aller Zukunft, jeden Mittwoch, 19 Uhr auf der Vorgewiese hier in Naukburg. Wir zeigen Gesicht zur Frieden, Freiheit und Super-Rechtig-Wer. Frieden, Freiheit, 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 Super-Rechtig-Wer. Applaus Bei den um